Hi, ich bin Eva und ich habe mein Leben vollkommen im Griff. Scheiße! Meine Freundin Marlene sieht das irgendwie anders. Mit Love Crisis oder? Ich dachte, es macht mich jünger. Und diese Schönheit hier ist Bella. Die neue von meinem Ex. Jetzt will sie mir auch noch meine beste Freundin wegnehmen. Wir haben uns geschworen, dass wir beide niemals Yoga keulen werden. Wenn man sie besser kennt, ist sie auch richtig nett. Geh einfach hin und sag Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Dein Schnürsenkel ist auf. Because you know I... Aber jetzt kommt's. Ich habe mich verknallt. Was? In wen? Na, in Peter von der Tagung in Helsinki. Mein letzter Stand ist, dass du und Andi gerade ein zweites Kind plant. Deswegen muss sie jetzt einfach... Hä? Na, den Typen wegvögeln. Na, so fahren wir dorthin, machen ein Wellness-Wochenende und treffen Peter bei der Jagd. Aber das werde ich nicht zulassen. Ich komm mit. Ach was, ich fahr euch. Attention, please. Ich fahre. Eva! Was war das denn? Entschuldigung, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier hier einer parkt. Auf dem Parkplatz. Bei Butterfly in Paradise hat sich doch ein Mann ausgedacht. Zwingt dich ja keiner. Such dir eine Wagen in der Frise aus oder lass es sein. What the fuck? Don't raise your glass if you want. Ist doch kein Wettbewerb. Logisch ist das ein Wettbewerb. Ja, ist es meistens. Ne. Jetzt lass mich mal. Nicht ohne Jagdscheine. Und atmen. Bang! Marlene. Geht es wirklich um diese halbsteife Aubergine da? Oh, bitte. Wir beide wissen, dass du eigentlich nur hier bist, weil du es nicht aushalten kannst, dass ich neben dir doch eine andere Freundin habe. Sisters before misters. Ich glaube, ich sterbe.